Passiert der Rest. So wie es muss. Das wird in Form gebracht haben. Zweite Frage. Die traue ich mir nicht. Ja, sag mal. Sie hat sicher das Lied Unbrechbar auswendig gelernt. Und Sie wollte es euch gerne mal vorsingen. Ob sie Stimme hat. Klar, immer. Aber ich kann auch nicht alles so risch gut. Ein letztes war es schon risch gut. Einfach anfangen. Das kommt dann von allein. Ich bin schon zehn Jahre auch noch einmal. Zehn Jahre kannst du mal den Bus mitfahren. Oder? Bist du groß genug, kannst du eine Latscherin kommen. Ja, logisch. Wir brauchen immer nur jemanden. Ich bin ein ganz guter Mensch. Okay. Du nahmst meine Hand und lachtest mich an. Du zogst mich an dich. an dich heran und nahmst mich auf deinen Schoß und sagtest, es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du da bist. Du sagte, du meintest entschlossen und sprachst dann zu mir. Entschlossen, wie immer, wie immer bei dir. Hör auf die Worte, denn du wirst sie brauchen. Es werden Menschen kommen und Menschen werden gehen. Viele wollen dich verführen, wollen Lügen erzählen. Bleib nur du selbst, schau himmelwärts. Bleibe Mensch, hör nur auf dein Herz. Dann wird alles gut, alles wird gut und nichts ohne Ausweg sein. Dann bleibst du und wolltest dann stärker als die Panne und musst dein Sturm hoher Freiheit sein. Dann bist du, wer du bist, weil dein Herz nie vergisst, weil es niemals vergisst, dass du unbrechbar bist. Das ist ein Lied für die Oma, gell? Nee, für wen ist es? Für euch. Sehr, danke schön. Freunde, wir sehen uns in der ersten Reihe.